Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Es ist soweit, schon im April 2023 soll das Spiel Tramsim auch für die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series XS erhältlich sein. Tramsim, das ist ein Straßenbahn-Simulator, welcher vom österreichischen Entwickler View-App entwickelt wurde. Und das Ganze wird auf den Konsolen von Dovetail Games gepublished. Tramsim führte Spielerinnen und Spieler zum einen in die österreichische Hauptstadt Wien. Und in Wien können mit dem Fahrzeug FlexCity und E2 zum einen die komplette Straßenbahn Linie 1 sowie ein Teilstück der Linie 71 befahren werden. Während der Fahrt gibt es viele Sehenswürdigkeiten der österreichischen Hauptstadt zu erkunden. Außerdem führte Tramsim die Spielerinnen und Spieler auch in die bayerische Landeshauptstadt München. Hier sind sogar gleich drei Linien enthalten. Zum einen die Linie 23, die Linie 27 und die Linie 28. Dazu gibt es auch hier das passende Fahrzeug, die Straßenbahn R2.2b. Die Fahrzeiten auf den hier genannten Linien variieren sehr unterschiedlich. Während eine Fahrt auf der Linie 23 lediglich rund laut Fahrplan aktuell 7 bis 10 Minuten dauert, so dauert beispielsweise eine Fahrt auf der österreichischen Linie 1 in Wien knapp 50 Minuten. Das heißt, hier ist schon ordentlich Durchhaltevermögen gefragt. Denn Tramsim bewertet natürlich eure Pünktlichkeit, euer Fahrverhalten und dementsprechend werden Erfahrungspunkte gesammelt und es können verschiedene Features im Spiel freigespielt werden. So zum Beispiel ein Eisen, mit dem die Weichen gestellt werden können und noch andere Dinge. Auch gibt es im Spiel einen kleinen Spielmodus mit Challenges, wo es darauf ankommt, genau am Bahnsteig zu halten oder super pünktlich zu sein. Das ist doch ein nettes Feature für zwischendurch. Für die Konsolen wird es zwei Editionen von Tramsim geben. Einmal eine Standardedition. Hier enthalten ist Tramsim Wien mit der Straßenbahn FlexCity und der Straßenbahn E2. Zudem mit der Linie 1 und dem Teilstück der Linie 71 zum Schwarzenbergplatz. Außerdem ist in der Standardedition auch Tramsim München enthalten. Hier mit den drei Linien 23, 27 und 28 und der Straßenbahn E2.2b. Die Straßenbahnen können natürlich auf allen Karten gefahren werden. Das heißt, ihr könnt auch im Tramsim München eine Runde mit dem FlexCity drehen oder in Wien eine Runde mit der Münchner Straßenbahn fahren. Zusätzlich wird es auch für die Konsolen eine Deluxe Edition von Tramsim geben. Hier ist zusätzlich für die Karte Wien, also für die Straßenbahn Wien, noch die Erweiterung zum Depot, also dem Betriebsbahnhof der Wiener Straßenbahnen enthalten. Und außerdem gibt es das zusätzliche Fahrzeug Ulf. Zusätzlich gibt es auch noch weitere DLCs. Beispielsweise ist gerade ein Arbeitswagen in der Entwicklung für Tramsim. Dieser wird sicherlich auch als DLC für die Konsolen erhältlich sein. Der Release-Termin für Tramsim für die Konsolen steht auch schon fest. Tramsim wird für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ab dem 4. April 2023 vorbestellbar sein. Das Spiel soll dann für die Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5 am 25. April 2023 veröffentlicht werden. Das Spiel soll außerdem auch für die Konsole Xbox Series XS erscheinen. Hier gibt es jedoch noch keine Möglichkeit, dieses Spiel vorzubestellen und auch gibt es hierfür noch keinen konkreten Release-Termin. Was ist eure Meinung zu Tramsim und dass dieses Spiel nun auch für die Konsolen erhältlich sein wird? Werdet ihr euch Tramsim für die PlayStation 4, 5 oder Xbox Series XS kaufen? Was ist eure Meinung zu diesem Spiel? Habt ihr Tramsim schon auf dem PC gespielt? Und was haltet ihr von Straßensimulatoren? Sollten hier noch weitere Städte und Karten veröffentlicht werden oder neue Fahrzeuge veröffentlicht werden? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis dahin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.